In der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, dass wir unseren Akku immer wieder aufladen und das geschieht am effektivsten mit Meditation. Ich empfehle hier einen Rückzug täglich so einzubauen, so wie man ein Handy an einen Akku anschließt und das eine gewisse Zeit braucht. Sollte man sich elf Minuten mindestens am Tag Zeit nehmen, um in die Meditation, in den Rückzug zu gehen, innezuhalten, um Inhalt zu spüren, der dann wieder Inneren haltet. Dazu empfehle ich einen ruhigen, möglichst abgeschirmten Raum auszusuchen. Wenn es Sommer ist, dann natürlich ein Platz in der Natur mit den natürlichen Naturgeräuschen und hier eine bequeme Sitzposition einzunehmen. Das kann im Schneidersitz sein, das kann auch schon im Halblotussitz sein. Hauptsache der Rücken ist gerade und wir sind gut gepolstert auf einer weichen Unterlage und fühlen uns wohl, sitzen gerne so, ohne dass irgendetwas wehtut. Hilfreich ist es, wenn wir zwei Stunden vor der Meditation nichts gegessen haben und wenn wir aber ein großes Glas Wasser getrunken haben. Wer durch sehr viele Umgebungsgeräusche sich leicht ablenken lässt, der kann durchaus auch Meditationsmusik, leichte Klaviermusik oder klassische Meditationsmusik im Hintergrund leise laufen lassen, wenn er das Gefühl hat, sich dann besser konzentrieren zu können. In der Haltung versuchen wir maximal gerade zu sitzen, die Hände offen in den Schoß zu legen oder geöffnet auf die Knie zu legen, einfach bereit, Energie oder Inspiration, irgendetwas, was da kommen mag, zu empfangen. Die Meditation ist etwas, wo man sagt manchmal ganz einfach im Gespräch, im Gebet spricht der Mensch zur Quelle, in der Meditation spricht die Quelle zum Menschen. Das heißt, wir sind bereit, offen für frische Gedanken, für frische Inspiration, aber auch einfach nur für Ruhe und für eine Situation, wo wir die Dinge in ihrer natürlichen Balance zurückfinden, wo wir die Mitte stärken, die innere Erdung stärken und dahinter steht ja auch der Vagusnerv und der ist der Selbstheilungsnerv, der reorganisiert unser System und steuert jegliche Form von Selbstheilung und Regeneration. Und die Stille, der Rückzug und jetzt kommt's und das Atmen, das sind die Dinge, die den Vagusnerv stärken und das brauchen wir heute als Gegengewicht zu dieser stressbeladenen Zeit. Atmen bedeutet zweierlei. Wir können auf der einen Seite damit beginnen, dass wir zunächst tiefer atmen. Ich nenne es das 47-11-atmen. 47-11 bedeutet elf Minuten am Tag, bis vier zählen beim Einatmen, bis sieben zählen beim Ausatmen. Das heißt, tiefe Ausatmenzüge zu machen, möglichst durch die Nase einzuatmen, durch den Mund auszuatmen, das ist so etwas, was uns immer mehr verloren geht, was wir täglich mehrfach auch üben sollten. Erstmal tief durchatmen. Da ist bei uns allen im wahrsten Sinne des Wortes viel Luft nach oben. Für Fortgeschrittene gilt dann aber gar nicht mehr so sehr hier einen Zwang reinzubringen, das Atmen, sondern einfach die Aufmerksamkeit auf den Atem zu legen. Weil das Legen der Aufmerksamkeit auf den Moment, wo es uns atmet, das führt schon dazu, dass der Körper automatisch in den Atemrhythmus hineinkommt, der ihm am besten tut. Und das ist etwas, was sehr, sehr Vagus stärkend, sehr, sehr heilsam ist. Und so können wir verschiedene Meditationsformen über den Tag anwenden. Wir können eine Morgenmeditation machen, um mit Frische in den Tag zu gehen. Wir können eine Abendmeditation machen zum Loslassen des Tages. Und wir können aber auch zwischendurch mal ein Powernapping, eine Kurzmeditation machen, um verlorengegangene Kräfte wieder zu aktivieren. Und dazu habe ich eine spezielle CD verfasst, über die man dann hineingeführt wird in diese verschiedenen Formen der Meditation. Und auch in meinem neuesten Buch über Meditation kann man hier ganz viel dazu nachlesen.